Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal AmazingNatureAlpha und ich begrüße die allerbesten Zuschauer und Fotografen dieses Landes zu einem neuen Video. Heute geht es mal um die ISO 50, was ihr über die ISO 50 noch nicht wusstet und wo ihr da aufpassen müsst in diesem Video. Viel Spaß! Ja, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, was ist denn eigentlich die ISO? Die ISO ist das notwendige Übel, um ein Bild heller oder dunkler zu machen. Warum das notwendige Übel? Weil wir eigentlich ein Bild mit der Zeit und der Blende belichten. Die ISO als dritter Parameter gehört eigentlich nicht zur Belichtung, auch wenn das der Einfachheit halber einfach immer so gesagt wird. Also die drei Parameter der Belichtung, Zeit, Blende, ISO. Aber es ist eigentlich nicht ein Teil der Belichtung. Es ist eigentlich ein Wert, der danach hinzugefügt wird. Der Sensor wird, so kann man das ausdrücken, mehr unter Strom gesetzt. Die ISO ist höher, der ISO-Wert ist höher. Dementsprechend wird das Bild heller, aber das hat eben den Nachteil, dass wenn wir das übertreiben, dass das Bild rauscht. Eine hohe ISO erzeugt Rauschen, eine niedrige ISO macht das Bild zwar dunkler, aber rauscht dafür nicht. Und jetzt können so die meisten Kameras als niedrigste ISO, ISO 200, ISO 160 und wenn ihr ganz gut seid, kann eure Kamera eine ISO 100 einstellen. Es gibt aber auch sehr viele Kameras auf dem Markt und dazu gehören zum Beispiel alle Sony Kameras, die ich habe, auch schon die älteren. Die können sogar eine ISO 50 einstellen. Aber was ist ISO 50? Wann stelle ich sie ein? Wann hat das Vorteile und wann hat es Nachteile? Bei manchen Kameras heißt das ISO Low. Also zum Beispiel Nikon D4S heißt das ISO Low. Also es geht praktisch um eine halbierte ISO 100 sozusagen. Und bei den Sony Kameras kann man das auf ISO 64, ISO 80, sogar bis ISO 50 herunterdrehen. Und das macht man, wenn man das Bild abdunkeln will. Wann möchte man das Bild abdunkeln? Zum Beispiel dann, wenn man einen gewissen Effekt länger einwirken lassen möchte in dem Bild. Zum Beispiel dynamische Wolken ziehen lassen, weil die dann verwischen. Oder ich möchte einen Marktplatz menschenleer machen. Dann muss ich die Zeit verlängern, das bringt mir zu viel Licht ins Bild. Und dann kann ich die ISO halbieren. Was ihr zuerst mal wissen müsst, ist nämlich, halbiert ihr die ISO, wird das Bild halb so hell. Jetzt würdet ihr sagen, das ist ja wohl logisch, ist es aber nicht ganz, weil bei der Blende ist das ja anders. Blende 8 halbiert ist nicht Blende 4. Aber das verlinke ich dir nochmal am Ende des Videos, wenn du das nochmal näher verstehen willst. Also bei der Zeit kann man das sagen, halbierte Zeit, halbierte Helligkeit. Und bei der ISO kann man das eben auch sagen. Das ist sozusagen relativ simpel dann für uns. Denn wenn wir einfach statt 15 Sekunden 30 Sekunden belichten wollen, dann können wir die ISO von 100 auf 50 halbieren und haben somit dieselbe Helligkeit. Aber mehr in diesem Praxisbeispiel. Um euch das mal zu verdeutlichen, bin ich extra rausgefahren. Wir haben nämlich heute einen mittelmäßigen Wind, also schon ziemlich gut. Und hier kann natürlich ISO 50 den Unterschied machen. Ich habe jetzt hier einen ND1000 auf meiner Kamera. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier die A9 mit dem Zeiss Loxia 21 mm und dem ND1000 drauf. Außerdem das Ganze natürlich aufgebaut auf einem Stativ, denn es geht ja heute um eine Langzeitbelichtung. Und da kann ISO 50 den Unterschied bedeuten, denn es verdoppelt euch einfach die Zeit. Wenn ihr zum Beispiel auf einem belebten Marktplatz seid und ihr wollt, dass keine Menschen drauf sind, da hilft euch natürlich eine super lange Langzeitbelichtung. Und da ist es natürlich von Bedeutung, ob ihr 30 Sekunden oder eine Minute belichten könnt. Ebenso hier, ich habe jetzt die A9, die kann im Maximum ohne Fernauslöser jetzt nur 30 Sekunden belichten. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier an dem Beispiel mit 15 Sekunden. Und dann gehe ich auf ISO 50, da habe ich 30 Sekunden, wo einfach diese ziehenden Wolken und das Wasser hier ins Bild einwirken können. Und das ist so wichtig, wenn wir glattes Wasser wollen, menschenleere Plätze oder eben dramatisch dynamisch ziehende Wolken. Okay, ihr seht das, ich habe das jetzt hier eingerichtet. Und ich zeige euch mal hier die Fotos, die ich gemacht habe. Ihr habt ihr hier, seht ihr, 30 Sekunden bei Blende 16 ISO 50. Und das gleiche habe ich hier zum Beispiel. Also hier, das ist der direkte Unterschied zwischen diesen beiden Bildern. Hier habt ihr einmal 15 Sekunden f16 100. Und dann seht ihr, das Bild ist gleich hell, wenn ich die Zeit verdoppel, weil ich die ISO halbiert habe. Das heißt, die halbe ISO verdoppelt uns die Zeit. Und das ist gestalterisch einfach so unglaublich wichtig. Aber jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt. Was ist denn eigentlich mit der Dynamik des Sensors? Nimmt die nicht ein bisschen ab, wenn wir die ISO zu niedrig haben? Also haben wir nicht die höchste Dynamik eines Sensors bei ISO 200, 300 oder ISO 100? Wie ist das im Vergleich? Und wie rauscht denn ISO 50 im Vergleich zu 100, wenn wir das extrem machen? Also wenn wir zum Beispiel eine 3-Minuten-Belichtung machen, haben wir hier einen Vorteil, wenn wir auf ISO 50 gehen. Das seht ihr hier. Ich greife also die Frage jetzt auf. Ist es denn so, dass ISO 50 uns auch das Rauschen halbiert? Vielleicht besonders bei langen Belichtungen? Und ja, das kann ich dir hier mal zeigen. Zuerst aber mal nochmal den Effekt, den ISO 50 verursacht. Also wir haben hier ein ISO 100 Bild, 15 Sekunden. Und wenn ich jetzt rüberklicke, habe ich ein 30-Sekunden-Bild. Und ihr seht, die Wolken sind viel weicher. Das Wasser ist viel weicher. Natürlich aber auch alle bewegende Vegetation ist viel weicher. Das aber mal in einem anderen Video nochmal. Also hier seht ihr schon, die Wolken werden wesentlich länger gezogen. Und das kann ich mir leisten, weil ich eben die ISO halbiert habe. Also habe ich dieselbe Belichtung. So, jetzt kommen wir mal zu dem Beispiel, was passiert denn hier in den Tiefen? Ihr seht, dass hier bei den Bäumen habe ich extra mal dunkler fotografiert mit einer ISO 100 und hier mit einer ISO 50. Was passiert denn, wenn ich das jetzt mal übertrieben aufhelle, um das ISO-Rauschen sichtbar zu machen? Hier reiße ich den Regler mal auf eine Plus 5 bei beiden Bildern. Und jetzt vergleichen wir mal das Rauschverhalten in diesem Bereich. Damit ihr was seht, gehe ich hier auf eine Vergrößerung von 800. Und ja, es ist wirklich so. Ihr seht das, ihr habt jetzt das ISO 100 Bild. Und das rauscht tatsächlich stärker als dieses ISO 50 Bild. Nochmal bei 300 Prozent. Achtet auch gerade hier auf das Rauschen im Wasser. Das ist jetzt hier bei ISO 50 nicht so schlimm, als wenn ich jetzt drüber schalte auf ISO 100. Hier seht ihr, das ist tatsächlich nochmal wesentlich mehr Rauscht. Also, merke, wenn du das Rauschen wirklich nochmal reduzieren willst, ist ISO 50 das, was du tun musst. Aber Vorsicht, was ist denn mit der Dynamik des Sensors? Also die Informationen, die in einem RAW im Maximum zwischen Tiefen und Lichtern gespeichert bleiben. Und da hat ISO 50 ein kleines Problem. Denn die Dynamik nimmt tatsächlich etwas ab. Vor allem in den Lichtern, wohingegen sie in den Tiefen zunimmt. Das bedeutet für dich im Umkehrschluss, ich zeige dir das gleich, belichte eher etwas defensiver, also dunkler, damit dir die Lichter nicht ausbrennen. Ich beweise dir das nochmal an diesen Fotos, wo ich extra mal extrem lange belichtet habe mit einer ISO 100 und einer ISO 50. Und was wir jetzt wissen wollen ist, können wir denn bei beiden Bildern gleichmäßig gut die Wolken wiederherstellen? Und da kommt der Knackpunkt. Ich kann beim ISO 50 Bild, habe ich ausgebrannte weiße Stellen in den Wolken, die hier deutlich mit diesem Hof zu sehen sind. Und da ist unrettbare Überbelichtung vorhanden, die nicht im RAW abgedunkelt werden kann. Obwohl ich beide Bilder gleich belichtet habe, ist das ISO 50 Bild nicht in der Lage, die weißen Anteile, die ausgebrannt sind, also die überbelichteten Anteile im Bild, wieder zu retten. Im Gegensatz zum ISO 100 Bild, schaut euch das an, welche gewaltige Information hier in den Lichtern bei ISO 100 vorhanden ist. Also was du heute jetzt zusammengefasst mitnehmen kannst, ist folgendes. ISO 50 verwendest du immer dann, wenn du die Belichtung halbieren willst. Das machen wir gerne, wenn wir einen gewissen Effekt länger ins Bild einwirken lassen möchten. Zum Beispiel möchten wir das Wasser besonders weich machen, möchten die Wolken besonders weich ziehen lassen oder wir möchten eine Lichtspur besonders lang im Bild haben oder, oder, oder. Also immer diesen Effekt. Wolken, hatte ich schon gesagt. So, jetzt müsst ihr aber dabei aufpassen, und das ist eben die Quintessenz dieses Videos, dass ihr nicht überbelichtet. Denn ISO 50 rauscht weniger, das solltet ihr auch mitnehmen, aber ist empfindlich, wenn es um Überbelichtung geht. Die Dynamik in den Lichtern nimmt ab, die Dynamik in den Tiefen nimmt aber zu. Und das könnt ihr euch einfach zur Hilfe machen, damit ihr einfach ein bisschen unterbelichtet, denn in den Tiefen nehmt ihr damit keinen Schaden, aber ihr rettet euch die Lichter. Und das wollte ich euch in diesem Video einfach mal sagen. Wenn dir noch was zu ISO 50 einfällt, wann du sie verwendest, oder vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, dann schreibe es gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar, und wenn ihr da auch gerne eine freundliche Diskussion führt. Bis zum nächsten Video, und vielen Dank fürs Zuschauen.